Was sagt, der kommt von oben, der kommt von oben. Tobi, Tobi, was machst du wieder? Dann bist du mehr erwartet. Hi, ich bin der Spreisers und... Hi, er winkt mir... Er hat mir gefunken. Sorry. Sorry. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und natürlich auch der Schnüggel-Schnatzi. Moin, moin. Und wir spielen heute mal wieder eine Runde Quick-Bad-Wars. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt in-game bei der Quick-Bad-Wars-Runde. Und Bergi, bist du schon in der Mitte? Nee, noch nicht. Warte. Was ist das hier für eine Einstellung? Bisschen schneller hier, das ist gut. Als ob du schon wieder am Anfang verkeilt hast. Ich bin Bronze. Nee, du meinst ein Bonze. Ich bin Bonze, ja. Schau zu und lerne wie ein Fast-Bitch-Pro hier. Super, Tobi. Sauber. Habe ich dafür einen Schulterkopf verdient? Bitte. Vielleicht. Ich habe sogar ein Schwer für dich. Oh, Tobi, du bist der Beste. Ich weiß. Oh, ich muss das weg. Oh, nicht sterben, Tobi. Nicht sterben, Tobi. Was machst du hier schon wieder für einen Stöhner hier rein? Das möchte ich hier nicht mehr hören, gell? Wo ist das Bett? Da oben. Wie ist das? Oh, ich habe Gold. Erstmal Fast-Bitch-Eye, gut. Ihr dürft mir nie Gold geben. Das erste, was ich mir immer damit kaufe, Fast-Bitch-Eye. Weil die Dinger so geil und genial. Hey, du hast das erste Bett, ich bin tot, gell. Hey, Tobi, kannst du in die Mitte kommen? Ich habe keine Blöcke. Ja, ich bin da, bitte. Und jetzt, was ist das? Wo bist du? Hi, hier. Oh, da hinten ist einer runtergefallen. Hast du, woher? Ja, drei. Uh, geil. Ich brauche Blöcke. Du brauchst Blöcke. Ja, dann komm schnell. Aber die kommen jetzt. Hier, gönnt ihr. Eins, zwei, drei. Oh ja, es regnet einander nicht zu viele Gegner. So, lass mal hier mich heran. Ich habe keine Spitzsacke. Das war wieder pure Gönnung. Ich habe eine Spitzsacke, ich bin hinter dir. Tobi, wo ist das Bett hier eigentlich? Hier oben. Äh, wo? Hab ich schon eingebaut? Ja, ich habe es. Ja. Oh, den anderen habe ich. Oh, den anderen habe ich. Hä? Weißt du, ab wir schon wieder die Letzten sind? Was war das für eine Quick-Runde? Alter, wir rasieren hier. Aber richtig richtig. Ich habe sogar noch einen Fassbeteil. Achso, ich wollte jetzt so ein blaues Bett noch abbauen. Aber das sind ja wir. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Ich bin nicht hierher gekommen. Wie komme ich wieder runter? Hä, ich komme nicht mehr runter. Ich dachte, ich habe keine Ahnung. Einfach zwei. Block MLG, yeah. Noch ein bisschen Gold. Wo ist der letzte Gelbe? Ja, es bist du nicht in der Base? Nee. Warte mal so viel. Das bin ich. Hello. Gelb. Gelb? Ja. Oh, ich habe was Gelbes gefunden. Oh, da liegt noch was Gelbes. 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 Der kämpft sich jetzt sicher immer nicht. Der ist, glaube ich, bei Grün. Bei Grün? Ja. Safe? Oder nicht safe? Geil. Ich komme mit. Wo ist der? Hä? Der hat sich viel Glück eingebaut. Ja. Ah, ich bin tot. GG. Das war die erste Runde. Ich würde sagen, hängen wir gleich noch eine Runde an. Das ist geil in der nächste Runde. Oh, was ist denn da? Ach, das ist diese Map, wo auf der Dauer sein Bett ein Igloo gebaut hat. Du müsst ein Igloo bauen, oder was? Jetzt kann man sich hier reinlegen. Tobi, du brauchst aber kein Igloo, okay? Hä? Ne, passt schon. Ich habe nichts gesagt. Habe ich nicht vor. Ich baue ein Haus drumherum. Berg! Ihr habt das nicht gesehen, oder? Ich habe es in der Aufnahme. Ich spule dich jetzt nochmal ab, extra für die Leute. Oh, nee. Mit dramatischer Musik. Ich bin da bitte. Ich bin da bitte. Geh noch. Boah, Goldi. Uri. Goldi. Oh, Goldini. So, ich habe acht Gold. Das habe ich mir richtig... Und zwei Uhren. Oh Gott. Zu uns ist es aber richtig easy. Lauf, 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 lauf. Zu uns ist es aber richtig easy zu kommen, Mann. Tobi, schön hast du das Bett eingebaut. Oder wer hat das eingebaut? Ich glaube, Tobi. Noch meine Ladung drüber. Komm noch nicht hin. Ich würde gerne die Uhren loswerden. Tobi, hier ist eine Lücke, gell? Das weißt du schon. Oh, ich komme wieder. Von hinten kann man easy und so better bauen. Tobi. Tobi. Hat jemand ein Package für mich oder ein bisschen Eisen? Dann könnte ich mich rüber rushen, weil ich habe nämlich ein bisschen Gold. Oder auch nicht. Oh, da liegt noch Eisen. Wie viel brauchen wir? Neun Stück für ein Package? Team Gelb ist schon ausgestattet. What's up? Tobi. Nein, Tobi. Nein. Hier. Wie viel hast du von denen? Hast du überhaupt eine Ahnung, wie quer das? Ich wollte aber ein gutes haben und nicht so ein billiges. Das ist gut. Ne. Ich weiß noch damals. Wie ich mit Tobi das erste Mal Quick-Band was gespielt habe. Er kauft sich zehn Packages. Warte, ist es denn da jemand? Ja, oh, die kommt, die kommt, die kommt. Ah, Idiot. Was ist denn runtergefallen? Ich habe es nicht gesehen. Kannst du denn nochmal machen? Wann ist die blauen? Wo ist blau? Auf der anderen Seite, oder? Hm, ich brauche noch ein bisschen. Ah, hier ist Essen. Was, der kommt von oben, der kommt von oben. Tobi. Tobi. Was machst du wieder? Wir haben ein bisschen mehr erwartet. Hi. Hi, ich bin der Schweißes und... Hi, er winkt mir. Er hat mir gewunken. Wieso küsst du den? Sorry. Sorry. War böse gemeint. Ey, ich sollte dich jetzt richtig krass rast schüren. Schaffst du den, Bergi? Dann probier. Ich probier's mal. Ich schüri da jetzt vorbei. Der andere war sich auch zu blau. Dann brauch ich mich doch zu zehn zu denen, oder? Was ist denn das für eine Logik? Mach einfach hinter dir. Boah, Alter. Hinter mir. Doch nicht, den Leute, ich habe mir besorgt. Ich bin bei Grün. Bäm. Schweißschü. Ich schaff's nicht mehr weg. Ich schaff's nicht mehr. Oh. Alter, das war... Das war richtig skillig gerade. Das habt ihr hoffentlich nicht gesehen, oder? Das war richtig... Hey, hey. Ich dachte mir gerade gar nicht, dass ich so taktisch denken kann. So war's. Ach. Wie viel Zeit haben wir noch, bis unser Bett sich selbst abbaut? Oh, nö. Oh, nö. Geh mal weg hier. Hey, der Blaue, der versucht mich zu boxen. Hey, nicht mehr. Sag zurück. Ja, hab ich. Dann ist er gestorben. Richtig, richtig unseriös. Bin jetzt richtig set deswegen. Blau ist er, oder? Ja, Blau lebt das Einzige noch. Wo ist denn Blau? Die sind über uns. Pass auf, die Grünen wollen zu uns, gell? Achtung, die Grünen kommen. Ich glaube, der rennt gleich zu uns. Boah, wie viel Eisen hier liegt. Oh, ich gebe mir erst mal Fast-Bridge-Eier. Als erstes, wenn man Gold hat, immer Fast-Bridge-Eier kauft. Das ist eine Try-Selektion. Immer erst die Fast-Bridge-Eier. Das sind die Wichtigsten. Ich baue Bett. Na, Blau. Boots. Nice Reis, Leute. Also, wir haben mal richtig rasiert. Was ist denn das für eine Runde, bitteschön? Ich hätte es nicht von uns erwartet. Ein Blauer, der läuft von Grün. Oh, ich komme. Ich komme. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Was ist denn? Komm durch. Ich habe ein Knockback-Sick. Wow, wow, wow. Ich habe ihn gleich. Ja. Ja, nice. Geilo. Wie nice waren, bitteschön, diese zwei Runden. Waren wir schon mal so kurz? Nein. Wir machen einen Screen. Hi. Tobi. Tobi, du sollst nicht schon wieder die Luft vergewaltigen. Oh, oh, oh. Und Berg macht noch mit. Dieses Niveau ist hier schon wieder grenzwertig. So, Leute. Das war... Ernsthaft hier? Weiter machen. So, Leute. Das war es mit der Folge Quick Bedros. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Es waren wirklich zwei genial Runden. Ich hätte nie gedacht, dass wir so rasieren. Danke an euch beiden, dass ihr dabei wart. Bitteschön. Kein Problem. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ringgeschütt. Ciao. Die erste Treu-Selektion ist, immer Fastbridge-Eier kaufen. Red mal und hau auf die Tasten. Das ist so. Das ist so, Tobi.